Unser Feuerholz wird auch nicht mehr irgendwie. Ich glaube, die arbeiten echt nicht so viel, wenn sie nicht so glücklich sind. Wie kriegen wir die Leute glücklich? Der Friedhof? Weiß ich nicht. Müssen wir probieren. Dass der Obdachlose nicht glücklich ist, das kann ich mir fast denken. Wenn ich ihn anklicken könnte. Lass ich anklicken. Ja. So. Danke. Ähm. Wie fressen sie deswegen auch so viel? Oder vielleicht haben wir deswegen unsere Nahrungsprobleme, weil sie nicht glücklich sind. Könnte das sein? Wenn die weniger arbeiten, meinen sie nicht glücklich sind? Was würde denn noch für die Gemeinschaft da sein? Taverne. Schule. Brunnen. Ja, ich würde mal sagen, hier. Müssen wir echt mal noch ein bisschen warten. Vielleicht reicht das ja schon, der Friedhof. ist das einzige. Und halt dann noch Alkohol, aber... Alkohol ist nie eine Lösung. Kirche haben wir... Okay, also ich denke, es liegt am Friedhof gerade. Weil die sind halt auch nicht glücklich. Also deswegen, glaube ich, passiert auch nicht viel, wenn sie keinen Bock haben. Deswegen passiert an sich, glaube ich, wenig gerade. Oder wird wenig produziert, weil es schlägt sich ja gerade in jedes, in jede Branche um. Entschuldigung, dass wenig produziert wird. Ich glaube, ich brauche gleich mal was zum Trinken. Ähm. Ja. Ich denke, das liegt fast da dran. Ähm. Aber wir müssen jetzt eigentlich nur mal warten, bis wirklich hier mal alles nach und nach produziert wird. Oder gebaut wird. Wir könnten aber auch einfach mal kurz hier da mal einen Baustopp überall geben. Oder halt relativ überall mal einen Baustopp geben. Dass der Fokus unten auf der Kirche, äh, auf dem Friedhof liegt. Das sehen wir ja dann, wenn die, wenn sie wieder glücklicher werden. Was ist jetzt alles da mal passiert? Das fällt auf. Jetzt brauchen wir neun Leute. Was wird denn da noch gebaut, wenn wir noch neun Leute brauchen? Also das hier. Immer noch sieben. Was haben wir denn für Baustellen überall? Hier haben wir sonst nix mehr, gell? Ja okay, es sind nur noch sieben. Kriegen wir das doch zusammen. Ähm. Du hast beides nicht, was ich möchte. Es sind nur noch Stein. Einfach mal sagen, wenn wir hier dann mal direkt Collect Stone machen. Mal hier unten. Die Area hier oben mal wieder anhalten. Oh Gott, viel ist da nicht passiert. Collect Stone. Einfach mal hier. Hier unten den Stein einsammeln. Ist ja mal relativ weit unten. Es passiert was. Das ist einfach da oben schon zu weit weg. Nein. Denk ich nicht. Hm. Okay. Jetzt kommt hier Stein ran. Ich würde lachen, wenn wir jetzt den Friedhof bauen. Auf einmal unser... Alle unsere Rohstoffe explodieren. Weil die Leute wieder glücklicher werden. Dann würde ich echt... Was baue ich? ...Nomaden. Euch kann ich grad nicht annehmen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Stein hier. Noch. Und dann... ...gebe ich mal überall wieder... Go. Was brauchen wir denn doch, wo wir noch fünf Leute brauchen? Ah, hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Wollen wir kurz anhalten. Ich brauche noch vier. Zwei brauchen wir da. Nur die anderen zwei brauchen, weiß ich jetzt nicht. So. Ich dachte sonst noch irgendwas im Bau. Ne. Nix. Okay. Geht ja wirklich nur noch der Stein da her. Ja. Na kommt. Es sind 26 Steine. Es sind nur noch 20 Steine. Die kriegen wir doch her. Vor allem hier unten ist doch genug. Macht hinne. Ja. Schaut gut aus. Können die das jetzt auch gleich hochziehen, den Friedhof? Schauen wir mal. Vielleicht hilft es ja schon. Ein Stein noch. Komm. Ich weiß, irgendeiner hat den in der Hand. Will den an mir gegen den Kopf werfen, weil ihr so unglücklich seid. Ach nee, nicht ein Stein. Elfsteine noch. Sorry. Das könnte an mir schon wehtun bei Elfsteinen. Bei einem auch. Jetzt sind es noch zwei. Immer geholt darauf an, wie groß der Stein ist, wenn es nur so ein Kieselchen ist. Ja. Und jetzt erbaut bitte voll. Zieht das Ding hoch. Vielleicht macht es euch dann glücklich, einen Friedhof zu haben. Bitte. Nein. Nein. Das kann doch nicht sein. Einmal. Einmal hast du ihn da hingehauen. Oh ja. Ja. Nein. Hm. Er wird. Er wird. Er wird. Ja, der Händler bringt mir nichts. Ich hab nichts. Hab sie schon wieder mit Schafen und, äh, Hühnchen? Hm. Kräuter sind im Keller. Nahrung ist mal wieder bei 5000. Feuerholz ist noch im Keller, obwohl wir sehr viele Feuerholzdinger haben. Hm. Ja. Komm. Friedhof. Ja, etzer. Nice. Vielleicht macht er jetzt glücklicher. Vielleicht macht er glücklich. Würde ich gerne mal hier, weil da fehlt auch nur noch ein Stein. Der Stein kann nicht leer sein, wenn hier nur ein einziger Stein fehlt. Und ich 103 Steine habe. Das haut nicht hin. Ähm. Da können wir auch weitermachen, weil da muss auch nur noch hochgezogen werden. Ähm. Feuerholz ist leer. Ich hab doch so viel. Er rollt. Unglücklich, unglücklich. Das Kind ist glücklich. Wir haben noch, wir sind noch weiter runtergegangen mit der, in der Glücklichkeit, äh, im Glück. Warum seid ihr alle unglücklich? Verstehe ich nicht. Ihr seid doch doof. Euch müsste es doch gut gehen. Je mehr man denkt, desto schlechter geht es einem doch immer. Na okay, jetzt habt ihr auch keine Kleidung. Da bin ich grad schon drüber, nochmal zwei herzusetzen. Ähm. Ihr, bitte jetzt einmal Steal. Und Steal. Pool. Oder einer steht ein. Ja, ihr macht mal beide Steal-Tools. Kann es ja umständig sehen, wenn es Kohle ausgeht. Die werden nicht glücklicher. Du bist glücklich. Du bist ein Jäger, okay? Du bist auch glücklich. Du bist ein Kind. Du bist auch glücklich. Da müssen etliche, da müssen einige ganz schön unglücklich sein. So, der Fischer ist fertig. Genau. Ich gehe vielleicht auch mal wieder ein paar wegnehmen. Oder sie sind vielleicht unglücklich, weil es so wenig Häuser gibt. Weil wenn ich mir das so anschaue, werden mal etliche Familien haben auf wenigen Häusern. Könnte ja auch sein. Da kriege ich wieder Wachstum rein. Ich will jetzt gerade kein Wachstum. Wobei bedingten Wachstum wäre schon nicht schlecht. Nahrung geht wie gerade hoch. Bau mal einfach sechs Häuser. Einfach mal sechs Häuser hinbauen. Nö. Glücklicher werden sie auch nicht. Momentan. Warum stellst du nur 18 Feuerholz her, Alter? Ich hatte vorhin drei und die haben über 2000 hergestellt. Warum stellst du nur so wenig her? Okay. Ich habe zwei und die haben mir das Lager voll geklatscht. Hm. Eisen? Eisen ist doch gar nicht low. Zähl doch nicht so ein Schmarrn. So. Ja, zack. Iron und Ding. Ich würde eher sagen, Stone ist low. Guck mal da nochmal. Da, hier. Zack. Hier. Wir können die hier noch ein paar Häuser bauen. Mal schnell. Und dann bauen wir da oben im Wald weiter. Das ganze Zeug. Aber die werden auch nicht glücklicher. Die werden nicht glücklicher. Ja, okay. Wir haben sehr viele Familien. Ganz wenig Häuser nur. 119 Familien. Nicht mal die Hälfte. Hat ein eigenes. Also zwei Familien sind Minimum in einem Haus. Vielleicht deswegen. Wir haben wieder einen halben Stern gewonnen. Vielleicht ist doch sehr viel am Ding. Weiß ich nicht. Ich baue jetzt einfach mal mal ein paar Häuser. Einfach mal hier drei Stück hin. Dann schauen wir mal. Dann kriegen wir ein wenig Wachstum rein. Jetzt geht die Nahrung nach oben. Oh, dann produziert die ja momentan. Ist das so viel oder was? 1.000? 3.000? 5.000 letztes Jahr. 2.000? 1.600 ist ja. Hier. 2.400. 2.400. Okay. Die Fischfarmen hier. Naja. Ein bisschen was, würde ich sagen. Ist nicht viel Fisch. Oder jetzt ab einmal halt Kühe haben. Oh, wir kriegen halt doch die Kühe 600 Beef gerade. Genauso viel Milch. Dann haben sie noch Kuh. Ist halt was dran. Ähm. Work. 1, 2, 3. Wir splitten trotzdem. Weil wir müssen ja trotzdem mal vollkriegen. Und hier auch. Kühe. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Und split. Hier Kühe. Hier Kühe. Hier Kühe. Und hier kommen nochmal Hühnchen rein. Äh. Oh. Komm mal. So. Ein paar Kühe rein. Äh. Ein paar Hühnchen rein. Split. So. Jetzt müssen wir doch wieder was zusammenbekommen. Habe ich alles gerade nicht. Warme Kleidung haben wir leider gerade keine. Weil hier einer fehlt. Oh. Ich will mal ein paar Farmer abziehen. Okay. Nahrung. Gut. Die werden glücklicher. Gesundheit nicht so gut. Weil wir keine Kräuter haben. Aber sie werden glücklicher. Nahrung schaut gut aus. Ähm. Kalt ist ihnen auch. Feuerholz schaut immer noch bescheiden aus. Obwohl Holz da ist. Sogar genug Holz. Hm. Das machen wir hier noch ein paar Häuser. Äh. Bauen langsam. Okay. Inventory. Wolle. Hier. Habe ich genug. Leder sehen wir hier oben. Okay. Können wir eigentlich wirklich noch zwei Schneider vielleicht herhauen. Lassen erstmal hier das fertig werden. Den Gärtner. Und den Förster. Ach da. Hier. Da war noch eins daneben. Sondern die das erstmal hier oben bauen. Nahrung geht rauf. Feuerholz bleibt immer noch im Keller. Nicht schön. Aber wir lassen erstmal da oben jetzt nach und nach alles durchbauen. Machen echt nicht viel Feuerholz. Aber die Leute werden glücklicher. Ich hatte es doch ein bisschen mit den Häusern gehabt. Weil es komischerweise genau wie die Häuser langsam fertig wurden. Die langsam glücklicher geworden sind. Aber da war ja auch der Friedhof gerade so einigermaßen fertig. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Hm. Kann ich echt gerade gar nicht sagen. Aber was ich sehe und was ich auf jeden Fall schon mal baue. Also nicht baue. Sondern es ist ein Platz hier. Wäre einmal. Eins. Zwei. Aber die sollen pausiert werden. Einfach. Dass ich dran denke. Noch mal. Mach mal. Mach mal drei hin. So. Was hast du? Gut. Ich kann eh nichts kaufen. Von dir. Ähm. Jetzt hat einmal. Vielleicht doch noch einen Schneider. Eins. Zwei. Drei. Da sollen noch ein paar Schneider her. Die pausieren wir auch. So. Werkzeug geht nämlich gerade runter. Oh. Und sind wieder Leute gestorben. Es werden nicht mehr. Es werden gerade echt nicht mehr. Ja. Die verlieren sogar Leute gerade. Aber die müssen trotzdem erstmal hier oben jetzt bauen. Aber ich baue trotzdem noch schnell ein paar Häuser mit ran. Weil ich eben gerade Leute verliere. Nochmal sechs Häuser her. Und dann wird das doch langsam. Hoffe ich mal. Oder ich habe es mich zu nicht mehr gesehen. Nahrung ist okay. Nahrung schaut gut aus. Nahrung schaut gut aus. Nahrung schaut echt gut aus. Da kann ich jetzt nichts sagen. 14.000. Die ist auf einmal sehr schnell explodiert. Die Nahrung. Ähm. Das ist schon wieder hochgegangen. 25.000. 25.000 wollen wir hier haben. Die schauen jetzt was wir noch wieder ein paar Häuser herkriegen. Wir haben ja. 104 Familien in 51 Häusern. Auf jeden Fall. Zu wenig Häuser. Da kann man noch ein bisschen stone collecten. Hier. Hier. Bisschen steil noch sammeln. Ist jetzt auch nichts mehr. Hier drüben. Gut dann bleibt mir nur noch der oben. Oder hier ein bisschen. So. Okay. Müssen wir wieder ein paar Leute herankriegen. Vorhin hat man zu viele. Jetzt sind es schon zu wenig. Weil es werden immer weniger. Entwinter tun die Farmer ja auch. Abholz mit. Okay. Oder halt alles mit einsammeln. Und machen. Immer wenn sie nichts hantieren können. Machen die immer. Äh. Machen die Leute dann immer was. Anderes. Wenn zum Beispiel das Lager voll ist. Was. Hier nicht erreichen. Ich könnte ja rein theoretisch mal Leder reintun. Leder. So. Und Wolle. Aber äh. Das ist halt ein geringes Plus nur. Hat sich jetzt die Zeit angesammelt. So. Wir bauen noch ein paar Häuser her. Vielleicht sind sie echt unglücklich. wenn sie gequetscht sind. Könnt schon sein. Wir bauen Häuser damit wir Wachstum bekommen. Um wieder genug Leute zu haben. Um alles zu versorgen. Und zu bauen. Ähm. Die zwei können wir nebenbei auch mit fertig machen. Da oben. Müssen wir halt echt mal ein bisschen abwarten. Hilft ja nichts. Okay. Stein. 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 Überall nur. Okay. Zwei Herzen noch. Gesundheit. Wir haben halt keine Kleidung. Mann. Ich glaube ich stelle mich echt ein bisschen zu blöd an. Ich habe zu schnell zu viel gemacht. Das haben wir schon immer gemerkt. Wenn ich schnell viel gemacht habe. Das nicht geklappt hat. Ich brauche mehr Geduld. Mehr Geduld. Ich will mal kurz rausklicken. Jetzt geht es eh mal kurz auf Pause. Okay. Dahin. Da wieder rein. Sorry. Da sind wir wieder. Schaut nicht gut aus. Hey. Schaut gar nicht gut aus. Der Friedhof ist jetzt nicht voll. Wir haben unser drittes Ding. Glücklichkeit wieder. Vielleicht ist es doch mit. Also ich schätze mit Glück hängt es schon viel zusammen. Dass sie dann auch vom Arbeiten her. Jetzt kriegen sie langsam auch Stahlwerkzeuge ran. Ich würde ja gerne mal hier einfach mal das Eisenwerkzeug einsammeln. Mal so 100 rein. Ups. Um zu gucken, wie viel Stahlwerkzeuge wir haben. Die können es ja zur Not immer wieder ausgeben. Ja, da ist schon einmal mit 50 reingekommen. Die 100 haben wir auf jeden Fall. Hm. Okay. Weitergebaut wird gerade nicht wirklich. Oben aber auch nicht wirklich, oder? Ne. Nicht mal im Ansatz. Gehen wir mal auf einen runter. Ähm. Mal hier überall, dass nur einer das bauen soll. Kriegen wir uns vielleicht schneller fertig. Ja. Nichts, was ich brauche. Ähm. Ich würde gerne die ganzen Farmer mal... Die bringen halt auch gerade Nahrung an, aber die brauchen wir halt gerade nicht. Weg mit den Farmern. Weg damit. Hm. Okay. Okay. Sollen die jetzt mal hantieren. Vielleicht kommt jetzt ein bisschen Stein ran, weil ja viele... nichts machen. Hoffe ich zumindest mal... dass ein bisschen was rankommt. Feuerholz ist halt immer noch nichts da. Ich kann doch nicht 100 Millionen Woodcutter... Äh. Ähm. Machen. Ich hatte doch noch nie so viele Woodcutter. Vom Holz ist ja wirklich genug da. Hm. Okay. Hier geht es langsam weiter mit dem Stein. Hier wäre noch einer. Den würde ich mir gerne holen. Zack. Stein ist Stein. Ansonsten muss ich einfach mal... Hier vielleicht nochmal zwei Leute einstellen. Auch aufpassen. Äh. Stellen wir mal vier ein. Kommt da wenigstens immer mal ein bisschen Stein ran. Nächstes Häuschen fertig. Wenn wir doch langsam wieder auf unserem Wachstum kommen, hey. Hm. Nach und nach ein bisschen bauen können. Hier oben ist halt so schön viel Stein. Kommt's aber auch nicht so farse, ob wir da oben weitermachen. Ja, ja. Stein ist Mangelware. Ist mir klar. Wenn der jetzt Stein hat, kaufe ich Stein. Und er hat alles, nur kein Stein. Ich kaufe mal Kleidung. Na. 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 Ich kaufe mal Kleidung ein. So, das nächste Häuschen ist auch gleich fertig. Oh, die Gesundheit geht immer weiter runter. Na.